Ja, hallo Leute. Jetzt mache ich ein erstes Video mal, wo ihr mich hört vernünftig und vielleicht interessiert euch das ja. Ich mache mir jetzt mal eine Latte Macchiato mit Senseo Maschine. Als erstes nehme ich das Latteglas, stelle es in die Mikrowelle und mache das Wasser heiß. Als nächstes werde ich jetzt hier in den Senseo Milchaufschäumer und da unten ein bisschen Milch reintun, nicht bis zum Eichstrich da unten. So, Deckel drauf, kurz draufdrücken. So, der läuft. Und für den Laffe nehme ich mir immer ein Fett, der extra kräftig ist. Dann stelle ich da keine Tasse drunter, sondern nur einen Messbecher und drücke nur auf eine Tasse. So, der Kaffee ist durch. Der Milchschaum ist auch da. Jetzt warten wir nur noch auf das heiße Wasser. Das ist auch fertig. So, das heiße Wasser wird weggeschüttet. Dann kommt da der Milchschaum drauf. So, und dann wird der Kaffee langsam da rein geschüttet. So, und fertig ist der Latte Macchiato. Nur mit Senseo Maschine und Milchaufschäumer auch von Senseo. So, jetzt sind die Müowie klar. Vielen Dank.